Dieser Renault Megane Vorführwagen ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 10.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2017. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Dachrailing, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 132 PS an ein 7-Gang-Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,4 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.